Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Avatarinnen und Avatarern, wie im Prinzip in jenem Jahr haben wir auch diesmal einen ersten Sonntag im Monat Mai und aus meinen Unterlagen geht hervor, dass es auch in diesem Jahr wieder der Weltlachttag heute stattfindet, leider habe ich den Haupttermin um 14 Uhr verpasst, auf die näheren Umstände einzugehen ist sicherlich nicht sonderlich relevant, jedoch dauert dieser Tag heute noch bis um 24 Uhr. Mein Verhältnis zum Weltlachttag ist in gewisser Weise ambivalent. Er soll dem Weltfrieden ähnlich sein, ein Ziel, das auch ich uneingeschränkt teile. Jedoch bin ich der Ansicht nass durch Wort und Tat und einiges mehr in dem Weltfrieden sicherlich auch und vielleicht sogar mehr geniehnt wäre. Die entsprechenden Anstrengungen versuche ich durchaus zu unternehmen, möchte mich aber auch diesem Anliegen der Weltlachttagbewegung nicht verschließen und werde mich daher bemühen, heute noch vor 24 Uhr die erforderliche Lachung eindeutig und empathisch vorzunehmen. Ich hoffe, dass damit allen Seiten geniehnt ist. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und in diesem Sinne, see you.